Jetzt mit Salsa. Platzwechsel. Dann haben wir einen Side-Step. Der Mann dreht sich dabei. Handwechsel. Wir blockieren die Schultern. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Beide Hände ergreifen. Wer früher greifen will. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oben den Handwechsel. Wie ich vorhin geschrieben habe. Und der Mann dreht sich jetzt mit einem Handwechsel hier rein. Er fragt die Hand in der Luft. Mambo. 1, 2, 3. Beide drehen sich. Und beide Hände werden jetzt erfragen. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Auf der 5 wird hier den Omer-Step gesetzt. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Salsa. Schön üben. 2, 3. 11.